Die extreme Hitze wird am Sonntag sowie in der Nacht zum Montag von einer Kaltfront verdrängt. Diese sorgt ab Sonntagabend und in der Nacht zum Montag für regionale Schauer und Gewitter, die örtlich unwetterartig ausfallen können. Heute gibt es deswegen eine Warnübersicht mit ersten Informationen zur Unwetterlage. Besonders in der Nacht zum Montag sind in einem breiten Streifen horizontal über der Mitte Deutschlands Schauer und Gewitter zu erwarten. Diese können örtlich unwetterartig ausfallen, es kann zu höheren Blitzraten, Starkregenschauern mit Niederschlagsummen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinem Hagel bis 1 cm Korndischmesser sowie zu schweren Sturm, unter Umständen auch zu Orkanböen kommen. Allerdings gibt es noch größere Unsicherheiten, weswegen wir noch keine Details nennen können. Einige Modelle berechnen die Zugbahn der Gewitter weiter nördlich, andere wiederum südlicher. Die einen berechnen eine sehr flächige Gewitterlage, die anderen nur einzelne lokale schwere Gewitter. Detaillierte Informationen folgen deshalb im Rahmen eines Infoclips im Laufe des Sonntags.